Der Montag beginnt leicht bewölkt bei 2 Grad. Im weiteren Tagesverlauf klart der Himmel auf und es wird eine Maximaltemperatur von 18 Grad erreicht. Die Nacht wird sternenklar bei 4 bis 8 Grad. Der Dienstag bringt bis zu 10 Stunden Sonne und Werte bis 20 Grad. Auch zur Wochenmitte zeigt sich das Wetter von seiner freundlichen Seite. Bei gleichbleibender Tageshöchsttemperatur stören nur einzelne Wolken den sonstblauen Himmel. Am Donnerstag erlaubt sich das Wetter keinen April-Scherz. Es bleibt weiterhin sonnig bei 6 bis 20 Grad.